Woll, Silber geschafft, Session. Okay, haben wir das endlich auch mal geschafft hier. So, meine Fresse, muss man sich hier konzentrieren. Ich kann jetzt auch noch mal kurz was über mich sagen. Ich hatte früher einen Kanal, der wurde aber leider durch einen Freund, in Anführungszeichen Freund, gesperrt, also gemeldet, weil ich angeblich irreführende Inhalte verbreiten würde und da YouTube sowas einfach nicht kontrolliert. Und so...